Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenfolge einfach mal so zwischendurch sauer braten hier ist der Richard und genau ich spiele mal wieder mit dem Bash Hunter. Yo moinsen. So. Ich nehme diesmal nicht auf. Ich nehme auf genau. Ich habe einfach keinen Speicher mehr. Nicht mehr? Ne. Loll hat gerade über 100 GB gefressen. Achso. Stimmt. Du hast deine Aufnahme mit Philipp gemacht. Ich bekomme gerade kein Kilt. Ach da. Oh. Ich spiele gegen dich. Oh yeah. Also Korrektur. Ich spiele nicht mit dem Bash Hunter sondern gegen den Bash Hunter. Alter. Ach. Verpisst euch doch. Ihr Scheiß. Ja. Alter. Ohne Spaß. Jetzt geht's los. Also. Ja. Wir haben gerade eben schon eine Runde gespielt. Die lief eigentlich ganz gut. Okay. So. Äh. Das ist. Äh. Ich bin durchs. Äh. Ich bin aus der Map gefallen. Ach komm. Ich bekomme. Ja. Das ist wenn zu viele Leute am Spawn stehen. Ja. Ja. Korrekturweise ist das bis jetzt immer nur mir passiert. Ja. Weil. Keine Ahnung. Das spielt ich nicht Marc. Ach komm. Wo sind denn Gegner? Ich will Gegner haben. Da ist ein Gegner. Ein Gegner. Ach komm schon. Hier. Geht rauf du Nutte. Der kann kann ich auch. Kann ich nicht. Hier. Tot. Man kann Bunny hoppen. Ne. Wie Bunny hoppen. Wie jetzt. Ja. Ne. Ne. Wie heißt das. Rocket Shot. So ein bisschen. Heißt. Du springst und schießt. Wenn du am höchsten Punkt bist. Mit der Buffer auf dem Boden. Echt. Ach. Tatsächlich. Ja. Das hast du sicher gemerkt. Dass ich da bin. Warte. Wo bist du. Ich will dich abschießen. Wo ist der Bash Hunter. Scheiße. Da. Ach komm. Da. Jetzt hab ich dich. Fuck. Alter. Ich bin der Marsch. Ich bin der. Ein Kill. Nein. Ah. Fuck. Mann. Fuck. 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 Scheiße. So. Da lang. Hier lang. Meine Fresse. Also. Du wolltest ja gerade wissen. Wie ich zu meinem Namen gekommen bin. Ah ja. Genau. Wie bist du zu deinem Namen gekommen? Ja. Ich hab. Ganz. Easy. MB3 gespielt. Ah. Bisschen. Da war eben so ein Typ in der Lobby. Der hielt irgendwas mit Bash im Namen. Okay. Und der ist mir einfach tierisch auf die Eier gegangen. Und dann ist der Name Bash Hunter daraus entstanden. Ach. So. Also. Du meinst der kleine Bash. Nein. Nein. Der hielt irgendwie. Boah. Das war ein ultra langer Name mal wieder. Ich bekomme gerade nichts geschissen. Wie viel hast du denn? Fünf. Ich sehe dich gar nicht. Oh. Fünf. Ja. Ich hab 22. Ja. Du spielst ja auch schon länger als ich. Ich hab ja gerade bei der Aufnahme. Weil ich ja. Weil ich. Boah. Den nehme ich nicht. Der ist mir in diesem Haus reingelaufen. Hab ich keinen Bock drauf. Oh. Das ist in Nero. Noch nicht. Doch da unten im Wasser. Nö. Ja. Okay. Ich hab dich. Ja. Ich hab dich. Ja. Ja. Ich hab dich. Komm. Komm her. Warum hast du mich? Ich mag dich doch. Nee. Nee. Ich hab nicht so hassen. Ich hab dich. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Okay. Und. Rotatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ich hab Elephant Gamer getötet. Boah ey. Was mich grad ein bisschen ansackt. Bash Hunter. Ne doch nicht. Echt jetzt? Der Hardy wahrscheinlich. Immer diese kleinen Faker. Ah ja. Falls ihr es wissen wollt. Das habt ihr vielleicht beim Bash Hunter schon gesehen, dass ich das letzte Folge gesagt habe. Wir haben dieses Spiel nicht gefunden, weil Bram und Hardy das in der Trash Night gebracht haben. Sondern... Also der Richard hat mich drauf gebracht. Er hat das schon viel länger gespielt. Ja genau. Ich bin ja in der Laptop-Klasse und bla bla bla. Kann ich irgendwann anders mal erklären, warum ich das gemacht habe. Warum ich es scheiße finde und warum... ja. Egal. Und das haben wir da, weil unsere Laptops halt so kacke sind. Ja. Konnten wir nur Sauerbraten spielen. Und das haben wir seit jetzt der 8. Klasse gespielt. Also schon ein paar Jährchen her. Ach komm, Teammate gefrackt. Sorry, Bro. Ich hab da mal früher von gehört. Da hat mein Bio-Lehrer mal erzählt. Dein Bio-Lehrer. Dein Bio-Lehrer spielt Sauerbraten. Ja. Auch mal fett. Ja, unsere Rally-Lehrerin hat über GTA mal durchgelabert. Okay. Wie sie die ganzen immer gerne auseinander nimmt mit so Mods und so. Ja. Okay. Auch richtig geil. Ich weiß nicht, die hat... Meine Oma ist so eine streng Gräubig und stellt überhaupt nichts von Gewalt. Ja. Und ich hab früher immer diese Dragon Ball Z-Comics gelesen, die halt übertrieben blutig eigentlich waren. Ja, stimmt schon. Und dann wollte sie sich mal einen von den durchlesen und war komplett entsetzt von sich wieder in der Durchlese. Oh mein Gott. Und hat dann vorhin einen der... ne... Wo direkt am Anfang der Kopf von einem abgerissen wird und zermatscht wird rausgesucht. Warte, war das, äh, Ding, äh, die Androiden gegen, ähm, Dr. Gero? Ja. Oh ja. Ja, die Szene kenn ich. Wohl schaßen, da suchte ich dir genau den raus. Hätte ich nicht den ersten raussuchen können, wo die Bulma, der auf Goku trifft. Du hast die Reihe so lange bis zum ersten Dragon Ball. Hammerfett. Nein, vom ersten an. Jaja, schon, ja. Du bist, äh, bist, hast du... warte, gibt's hier... Dragon Ball GT Reihe eigentlich auch für, äh, äh, als Manga? Oder ist das nur verfilmt? Ja, aber ich find Dragon Ball GT ist saukacke geworden. Ja. Das ist ja auch gar nicht mehr vom Originalmacher, glaub ich. Ah, ich hab dich getötet. Ja, genau wie hier Call of Duty nicht mehr so richtig original vom Originalmacher war. Ah, kacke. Aber jetzt Ghost kommt wieder von Infinity Ward. Oder? Ne. Doch. Doch, Infinity Ward. Genau, Infinity Ward. Den Macher von MW2. Ich weiß nicht. Warte, Black Ops wurde von Treyarch gemacht, oder? Ja, genau. Und MW3 meine ich auch. Sicher? Ich bin mir aber grad nicht sicher. Ja, was mich halt so ein bisschen ansagt, ist, dass MW3 die bessere Spiele-Engine hatte. Also... Ich bin grad meine MW3-Hülle, nicht? Ich hätte es eben kurz nachgeguckt. Warte, was ist das? Ja, Monster. Boah, fuck. Monster, wie mein Monster-Penis. Ja, genau. Warte, ich muss mal kurz gucken. 19 und du hast 47. Alter, das hole ich nicht mehr auf. Boah, ich werd doch die ganze Zeit hier weggefrackt. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Boah, komm schon, ey. Fick dich. Fuck you. Da bist du. Das ist der Hammer. Und... Komm schon, komm schon. Ja! Nein! Jetzt hat's! Ja! Das hole ich mir jetzt. Kannst du gerne versuchen. Ne, aber ich fand's echt schade, dass sie Dragonboy GT so versaut haben. Jo. Obwohl ich mir da auch fast jede Folge davon angeschaut hab. Ja. Ich glaub auch. Ich guck jetzt sogar noch Dragonball. Ja, Dragonball ist immer noch geil. Ich glaub, RTL kommt am Sonntag. Kommt das noch? Ich dachte, es wurde abgesetzt. Ja! Ah, da bist du. Lass dich nicht töten. Ah, okay. War ein bisschen spät. Was schreibt denn so... Was steht denn so im Chat drin? Shit. Okay. Ah. Okay. Einfallbrecher komm ich da. Ja, vorhin haben sie mal wieder darüber geredet, ob hier so paar Brammen-Faker und Hardy-Faker echt wären und so. Blablabla. Und dann kamen wir darauf, dass es nur... Nach einer langen Diskussion mit vielen Argumenten kamen wir darauf, dass nur kleine Kinder mit kleinen Schwänzen sind. Genau. Ach! Du hast mich getötet. Jawoll! Jawoll, ja! So, der Brammen soll daneben. Und die Baren 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 daneben. Mann, ich... Ich sehe keine mehr. Und... Und... Baren daneben. Ach, komm! Oh, der Elephant-Gamer hat sich verlassen. Baren daneben. Baren daneben. Ohne was du auch nicht daneben geschossen hast schon, ne? Ey, das ist der Wahnsinn hier. So. Boah! Ey, ich hasse dieses scheiß Spawn-Cabber. Schau mal hier, dieser Wichser. Ich töte den jetzt hier. Komm her. So. So. Wichser, ey. Oh, lol. Das sind zwei Typen. Mein Kollege und, ähm, ein Gegner. Und wen treffe ich meinen Kollegen? Oh, okay. Bitter. Weil der genau in meinen Schuss reinläuft. Krippel. Krippel. Warte. 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 Bist du auch da? Ja. Ach, komm schon! Du schießt aber gar nicht. Leute, du bist gar nicht hier. Ja, jetzt schon. Wo bist du? Nein! Die Wurzelbohr. Ach! Alter, war das grad ein Leck oder was war das? Ich bin grad durch die Texturen gerauscht. Hm. Aber was ich noch geil fände, wenn zwei Hintern... Boah, Alter, das ist doch scheiße hier. Da oben sind noch welche, oder? Ne. Was ich mal geil fände, wenn's... Alter, ich... Ich bekomm nichts geschissen in der Aufnahme. Ja. Geil wenn... Ja, ich fände es, geil. Nein, jetzt hab ich Teamate gefrackt. Boah, ich komm nicht zu meinem Satz. Was? Quad. Quad! Äh, ne, ich fänd's geil, wenn mehrere... Also, wenn mehrere hintereinander stehen. Ja. Dass, äh... Ja, genau. Ist in Call of Duty nicht so? Doch. Weiß ich grad gar nicht. Aber nur mit ner Sniper, oder? Ähm, ja. Ne. Ich meine mit allen Waffen. Okay. Hab ich noch nie ausprobiert. Ja, du bist ja auch nicht so ein Call of Duty-Zock hab ich. Ey, ich versteh's einfach nicht. Warum meine Framerate grad so niedrig ist. Frame... Blblblblblblblblblbl. Blblblblbl. Ja. Ich hab gerade 50 Frames. Okay. ich hab 150. Warte noch. Und... Ja das ist echt unnötig. Aber das Spiel braucht halt nicht so viel Leistung Alter Das Spiel läuft wahrscheinlich auch mit 20 Frames Scheiß, ich hab ein Teammate gefrackt Okay, davon ziehen wir eins von der Streak ab Eins Nein, du Nutte Oh, ich wurde von Spongeboss Ach, komm Spongeboss Ja Auch Faker Mit dem haben wir gestern schon gespielt Das sind halt Kiddies, die sich kein COD leisten können Ja Oh, ich kann mir auch kein COD leisten Oh, fuck Ach, kackiges, ey Aber ohne Spaß, ihr müsst euch echt mal Black Ops 2 Ja, ich kaufe mir jetzt Black Ops 2 Ich muss nur noch mit diesem einen Typen reden Dein Coin Ja, wie viel kostet es über deinen Link? 36, weiß ich gar nicht, wie viel das da kostet Ich hab mir das gestern selber nur SimCity gekauft Über deinen Link? Nein, das geht nicht Alter, ich bekomme gerade nichts geschissen, ey Das ist in der Rope Ne, jetzt wird's so gut Ach, Gottchen, ach Gottchen Ach, Gott, ich schaffe nur einen pro Tod Hallo, wozu? So, komm her Alter, komm Ah Boah, dieses Bon Camper, das ist doch echt nicht mehr lustig Meine Fresse, ey Das ist doch lächerlich, Mann Wie viel hast du? 74 Nimmst du noch eine Runde auf? Hm, überlege ich mir gerade Ey, wir beenden erstmal die Runde Also, ciao Leute Und es war noch eine Runde Vielen Dank.